Hallo, ich bin Sabrina Kollmorg, ich komme aus Berlin. Ich bin mit dem Corona-Pressespiegel hier in Hamburg und wir stellen hier die Impfopfer aus. Unter anderem Impfgeschädigte, öffentliche Briefe von Polizei, Feuerwehr, Zeugenaufruf und Menschen, die nach der Impfung verstorben sind. Öffentliche Briefe von Polizei, Feuerwehr und Menschen, die nach der Impfung verstorben sind. Öffentliche Briefe von... Sie haben Post. Ich? Nein, doch. Untertitelung des ZDF, 2020